So, der Nächste. Komm her. Echt? Wer krabbelt denn da rum? Alter, krabbelt die alt da rum, Alter. Was soll denn das? Der Typ ist doch jetzt da runtergesprungen, oder? Der Typ ist doch jetzt da rum. Der Typ ist doch da drüben. Okay. Die da drüben. Alles klar. Da sind noch drei. Und da oben sind Scharfschütze. Ah, ich könnte jetzt losballern, aber... Ich trau mich nicht. Da ist auch sonst keine Deckung, ne? Wir müssen hier hoch. Ach, shit, ey. Ah, okay. Wir können aber hier stoppen. Sehr gut. Ja, ich weiß, dass da oben ein Scharfschütze ist. Ja, wo ist er denn, hä? So, dann hätten wir schon mal. Ja. So, da vorne läuft noch einer rum und der Scharfschütze da oben. Pass mal auf, wenn ich hier mal... Genau, hier. Und hepp. Ne, seid ihr nicht. Sagen wir, jetzt rauf geht. Deine Gruppen. So. Okay, das halt jetzt zum Deckung nehmen die da. Gut. Sehr gut. Okay. Ich glaube, das war's. Wow. Sehr gut. Hätten wir das auch. Was hat denn der hier für eine Knarre? Kann die... Ist die besser? Weiß ich gar nicht. Wir behalten die. Rein in den Schieb und ab dafür. Hey, siehst du einen Weg raus? Fluss abwärts. Bei den Fällen ist eine Öffnung. Aha, das heißt für mich, ich soll jetzt hier runterfahren oder wie? Fluss abwärts. Ja, hier komme ich ja nicht lang. Muss ich ja wohl da runter. Ach, wir riskieren's. Okay. Wow, sieh dir den Aufzug an. Der ist riesig. Ja, nur Devin ist dann wohl da oben. Dann nix wie hoch. Okay. 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 Ist ja alles schön gut, aber ich hab keine Ahnung, wo ich hier anfangen muss. Wo muss ich denn hier lang, Freunde? Wo muss ich denn hier lang, Freunde? Gibt's da drüben weiter? Ah, hier geht's. Das sieht doch gut aus. Alter, was Wege. So weit, so gut. Weiter fluss aufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Allerdings. Aber das würde mir niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. So ein Pech aber auch. So, fluss aufwärts. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe uns frei hat. Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er fliegt. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcasa-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Ups. Geht's hier weiter? Yeah, das sieht doch gut aus. Erfrischt. Erfrischt? Okay, hier kommen wir wieder raus. Also müssen wir in die andere Richtung. Alter, wo wir hier rumgucken, ne? Das ist doch da, wo wir hergekommen sind. Wo fahr ich hinauf? Ja, klar. Fahren sie den matschigen Hügel hinauf. Okay, ich komme. Ach, da hinten. Dann müssen wir erst hier lang und dann den matschigen Hügel hin. Ja, wo ist denn hier ein matschiger Hügel? Ach, hier. Ne. Da wollen die mich veräppeln. Ah, der Kalle rafft's wieder nicht. Und jetzt bin ich richtig nass. Ja, wie wär's denn, wenn man auch mal hier lang fährt, Kalle? Oh Mann, ey. Was für eine verrückte Vorrichtung. Würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Ja. Also dann einmal Vollgas da runter. Ach, nee, geht nicht. Okay. Dann fahren wir hier mal den Berg runter. Kann ich da jetzt drauf fahren? Okay, sehen wir uns auch. Habe ich jetzt die Karre da reingesetzt und jetzt komme ich nicht mehr raus? Wahrscheinlich, ne? Wann hast du wieder ne Draft? Okay. Okay. Wow. Alter. Was gibt's denn hier? Gibt's eigentlich gar nix, ne? Ah, ja. Hier kann ich den Jeep an. Das war mir klar. Ich hab jetzt den Jeep da reingefahren und wahrscheinlich krieg ich ihn jetzt nicht mehr raus. Oder aber ich bediene mal den Hebel da. Den ich nicht bedienen kann. Ich hab's gewusst. Alter, der Kalle. Gott sei Dank, kommen wir da nochmal raus, ey. So. Dann zweimal hier rum. Und was soll ich da jetzt machen? Soll ich mich da reinziehen oder soll ich's abreißen? Ah, ja. Und jetzt? Heute ist Wasser auszulaufen. Aber mehr passiert dann nicht, ne? Oder bewegt sich hier irgendwo noch was? Wo benutzen wir die Winde? Jetzt hab ich sie nicht verstanden, die Olle. An welchem Balkon will sie's versuchen? Ziehen Sie den Balkon mit der Winde herunter. Ja, dazu muss ich aber erstmal da rüber. Ja, saubere Sache. Okay, dann muss ich erstmal die Karre umpacken. Okay. Ach so, ich komme. Jetzt hast du's kaputt gemacht. Und jetzt? Jetzt komme ich hoch. Echt? Komme ich jetzt da hoch? Also, geht's noch? Dann kann's ja noch komplizierter machen. Ah ja, ich muss hier hoch. Okay. Ähm. Und da ist ne Kiste. Ja, so ist schon mal nix. Ja, sag mal. Was mach ich denn? Ja, ich würd's vielleicht auch vielleicht da drüben probieren. Komm. Sehr gut. Jetzt kommt man auch da hoch. Ich will das immer zu schnell, glaube ich. Das ist mein Problem. So. Und nun? Offenes Fenster heißt immer aussteigen. Was ich sag. Oh ja. Jetzt müssen wir uns da drüben wieder festhandeln. Ja, wir brauchen einen Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Wow. Und nun? Ach, ich... Hatte jemand Zweifel? Warte, Moment. Ich weiß was. Ah ja, zerziehen das mit dem... Okay, wir sind soweit. Mein Mädchen. Sehr gut. Und ich repariere deinen Aufzug. Los geht's. Ah ja. Fantastisch. Alter. Oh, shit. Oh, man, das hätte sein müssen. Von wo kommen die denn? Wo sind die denn? Ach, da steht noch einer. Alter, die Pisser. Was sind die jetzt noch? Ja, da drüben. Da steht ein Pisser. Oh, man. Jetzt habe ich schon gedacht, ich gehe wieder drauf. Helena, alles klar bei dir? Ja, alles klar. Aber das auch nicht. Alter. Die Typen machen mich fertig. Ich lau nach, komm. Ah, shit. Mein Gott.